Sehen Sie diese beiden? Ich hasse diese beiden. Warum geht es mir in unserer Ehe so erwärmlich und dir geht es so gut? Reines Glück. Das war heiligabend im Gnädig-Göns. Ich kümmere mich so um meinen Kram, breche meine meisten Typen ein und dann... ...kam dieser Hund. Ich hasse diesen Hund. Mein Partner Mary saß da außen im Wagen. Mary ist ein Idiot. Mary? Das ist der Weihnachtsmann. Nicht der wirkliche natürlich. Nur ein besoffener der Weihnachtsmann spielt. Na jedenfalls kamen die Bullen und ich nahm diese beiden in dem Haus, das ich hasse, als Geisel. Und wissen Sie was? Die Verwandten fachten auf. Wieso? Es war heiligabend. Schon vergessen? Ich hab doch gesagt, wie sehr ich diese beiden hasse. Das ist noch gar nichts im Vergleich zum Rest der Familie. Der Fernseher ist kaputt. Was machen wir jetzt den ganzen Tag? Wir feiern die Geburt von Jesus Christus. Ich hasse diesen Typen. Seine Frau, seine Kinder und die da ist. Ich finde das einfach krank. Ja. Du willst doch bloß mit ihm ins Bett. Was? Es war ein Albtraum. Es war... Ihr beiden, haltet die Karte. Alles voll Bullen und Kerzen und Kinder und Alkohol und Früchtebrot und Weihnachtsmänner und... Sex und Drogen und... Frauen, die in hellen Flammen stehen. Faszinierend. Es war so ein Albtraum, dass ich jetzt Weihnachten hasse. Ich hab Weihnachten geliebt früher. Das gute Essen und die Rentiere und die Krawatten und bergeweise flauschig weiche neue Socken. Inzwischen hasse ich sogar Socken. Oh Gott, wie ich diesen Film hasse.